Wir geben Betroffenen eine Stimme. Im Interview mit Lizzie. Hallo, ich bin Lizzie, 32 Jahre alt und aus Österreich. Ich bin gelernte Bautechnikerin und ein lebensfroher Mensch mit viel Galgenhumor und manchmal ein bisschen verrückt. Ich bin seit über 15 Jahren an ME-CFS erkrankt, aber erst seit 2019 endlich richtig diagnostiziert. Wie viele andere auch, habe ich ebenfalls weitere Diagnosen, wie zum Beispiel POTS, chronische Migräne, 24 Stunden Schmerzen, Barsedo und vieles mehr. Mein Verlauf war schleichend. Viele Jahre lang war ich mild erkrankt. Erst später moderat. Nie hätte ich geglaubt, in diesem Zustand wie jetzt zu kommen. Rückblickend gesehen ist man natürlich immer schlauer. Deswegen und weil ich keinen diesen Zustand wünsche, versuche ich zu warnen, aufzuklären und etwas aus meinem Leben zu zeigen. Denn eine dieser Tücken der Krankheit ist, je mehr man sich bemüht, umso mehr man gegen Wind zeigt, desto größer ist die Gefahr abzurutschen. Welche Herausforderungen bestimmen Dein Alltag? Die wohl größte Herausforderung ist, dass ich mit 32 Jahren komplett pflegebedürftig bin und so unselbstständig wie ein Baby. Im schweren Stadium zu sein, bedeutet leider nicht einfach nur ein paar Stunden im Bett pro Tag, wie viele glauben. Es bedeutet jeden Tag Stunde für Stunde große Qualen. Nicht nur, dass ich 24 Stunden bettlägerig bin. Natürlich die meiste Zeit im Dunkeln, denn Licht und selbst kleinste Geräusche sind ebenfalls große Probleme, sondern genauso starke Schmerzen, kognitive Einschränkungen, Untergewicht und jede Menge andere Symptome. Ganz viele verschiedene, damit man auch ein bisschen Abwechslung hat. Es ist ein Zustand, den man sich nicht vorstellen kann. Und das immer. Kurze Pausen zum Verschnaufen oder gar Urlaub gibt es nicht. Durch die Muskelschwäche kann ich mich meistens nicht einmal umdrehen oder bewegen im Bett. Und Dinge wie Trinken, WC oder einfach nur umlagern werden zum Problem. Ist keiner zu Hause, habe ich also Pech. Selbstreden ist oft schwierig, da einfach die Kraft fehlt. Für eine Quasseltante wie mich doppelt blöd. Auch mal eben zum Kühlschrank gehen. Ist nicht oder kaum mehr möglich. Welche Herausforderungen bestimmen dein Alltag? Die wohl größte Herausforderung ist, dass ich mit zwei Jahren bei allen Tätigkeiten wie Waschen, Umziehen, Trinken, Essen, WC. Überall wird Hilfe benötigt oder zumindest teilweise. Alleine wäre ich gar nicht mehr überlebensfähig. Es ist erschreckend, so abhängig zu sein, vor allem, da ich immer sehr viel Wert auf meine Selbstständigkeit gelegt habe. Trotzdem bin ich sehr froh über alles, was noch geht. Ich liege im Dunkeln, aber mir ist Licht stundenweise gedämpft möglich. Auch Handy ist eingeschränkt möglich. TV, Radio wurden schon vor langer Zeit verbannt. Auch ein Ortstermin pro Monat ist dank Adrenalin-Push möglich. Die folgen aber sehr stark. Dementsprechend muss gut gewählt werden. Man muss bei Schwere am E noch einmal umdenken. Hier können Sachen schädlich sein, die für mild moderat eventuell noch möglich sind. Auch mit ein bisschen Positivdenken oder Selleriesaft ist hier nichts zu machen. Solche Aussagen sind nicht nur purer Hohn für Schwerbetroffene, sondern können auch schädlich sein. Welche Versorgungsprobleme gibt es? Der schlechte Zustand bringt viele Probleme mit sich. Nicht nur, dass es mir gesundheitlich sehr schlecht geht und wir versuchen, medizinische Versorgung zu bekommen, was bei ME oft nicht so leicht ist, sondern man sollte auch glauben, dass uns Hilfe zusteht. Aber trotz über 160 Stunden Pflegebedarf im Monat habe ich noch immer keine Pflegestufe. Auch sonstige Hilfen werden verweigert. E-Rolli, Hilfsmittel, Selbstinfusionsschläuche wurden abgelehnt. Ich bin hier nur ein Beispiel, denn Anerkennung und Akzeptanz der Erkrankung und die dazugehörigen Behördenkämpfe sind ein großes Problem. Die Kämpfe dafür kosten uns wertvolle Zeit, Kraft, Nerven und Geld. All diese Dinge, die wir selbst dringend bräuchten, vor allem die Kraft, zum Beispiel für Essen und Reden. Und bekommen tun wir oft nur Demütigungen, Falschbehauptungen und nicht annähern das, was uns zusteht. Ärzte zum Beispiel glauben mir die Schwere der Erkrankung nicht, da ich ja zum Beispiel einmal im Monat gepusht beim Arzt war. Wie das funktioniert und wie es mir danach geht und wie ich die anderen 30 Tage überstehe, interessiert keinen. Dass die meisten Ärzte die Krankheit gar nicht kennen, das haben die meisten im ELA schon erlebt. Gibt es Unterstützung durch Angehörige oder einen Pflegedienst? Auch bei meiner Familie harbert es an Akzeptanz. Ich bekomme keine Hilfe. Dinge werden heruntergespielt. Einmal die Woche geht die Mutter mit dem Hund. Dafür kriege ich dann tolle Ratschläge wie Bewegung. Ich habe großes Glück. Ich habe einen liebevollen Partner, der mich trotz Vollzeitjob zu 99% alleine versorgt. Aber ohne Hilfe schaffen wir die Grundversorgung inzwischen gar nicht mehr. Immer mehr zeigt sich, was alles auf der Strecke bleibt und wie sehr wir am Limit gehen. Welche Wünsche hast du für die Zukunft? Meine Wünsche. Ich glaube wie bei jedem. Gesundheit. Am liebsten komplett. Aber ich wäre auch mit einer Verbesserung zufrieden. Trotz allem. Aufgeben gibt es nicht. Meine Leitzeiten sind Stay strong, Keep fighting und Never give up. Ihr Ber Mitgliedensmittelsch ном.